Heute Nacht ist es den Menschen erlaubt, sich zu befreien. Von all dem unterdrückten Hass und der zurückgehaltenen Gewalt, die sie in sich haben. Wieso tötet ihr dann heute nicht auch jemanden? Weil wir nicht das Bedürfnis danach verspüren. Vergiss nicht, wie viel Gutes die Säuberung uns bringt. Uns passiert nichts wie immer. Keine Angst. Okay? Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir kündigen Ihnen den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung, an. Bei Ertönen der Sirene werden alle Notfalldienste für zwölf Stunden deaktiviert. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Helft mir! Ist da irgendjemand? Bitte helft mir! Ich muss an einen sicheren Ort! Hört mich irgendjemand! Los, schnell! Hier lang! Johnny! Nein! Hier lang, schnell! Wieso hast du ihn hier reingelassen? Wir haben keine Ahnung, wer hinter ihm her ist. Unser Ziel der diesjährigen Säuberung versteckt sich in Ihrem Haus. Sie haben eine Stunde, um ihn zu finden und uns zu übergeben. Oder wir töten Sie alle. Die können doch hier nicht rein, oder? Die können doch nicht in unser Haus kommen. Wir werden diese Nacht überstehen und dann ist alles wieder wie vorher. Nichts wird jemals wieder so sein wie vorher. Wir werden diese Nacht überstehen.